Ahoi Leute, Willkommens zurück! Ah voll, gut, dann gucken wir jetzt noch mal ein. Ja, so, jetzt sofort, nein! Das tut ja weh. So, wir hüppen das Ding noch voll, dass wir da definitiv Nachschub haben. Ähm, und dann gucken wir mal bei Octopussy nach, ne Quatsch, bei Steinchen, ob wir Kupferkriegen Na komm, na komm, ok. Na ja, boah, Moment. So, so, Essen wär ja auch gut, ne? Haben wir aber nichts mehr. Ähm, Scheiße, gut, erstmal kochen. Und dann gehen wir los. Schon ans Badstube in dem Zelt jetzt, ne? Sparen wir uns erstmal ne Hütte. Wow! Was war ein... Natürlich! Hier komm ich natürlich nicht rüber. Aber wahrscheinlich geht der auf die kleine Metallstange rauf. Und werd fertig. Na komm! Warum? Die Leute und ich waren. Ne toll. An die Mahlzeiten nennen, die auch mal arbeiten können. So ein Riesenteil, bitte euch. Da wär ich ne Woche von satt. Minimum. Ne. Hä? Da stein ich ja. Jetzt hab ich mit Octopussy, Mann. Bitte lass da Kupfer sein, Kupfer sein, Kupfer sein. Sag mir doch Steinchen. 81. Das könnte schon mal ein Nachrespond sein. Ja. Das ist aber Eisen. Also Eisen ist jetzt nicht das, was ich will. Ich mein, ich nehm's mit. Aber ich möchte gerne Kupfer. Oh! Da haben wir noch was. Wo ist das hier gewesen? Holzkohle. Ah. Okay. Ja. Gut. Scheiße. Mit viel Kupfer kommen wir nicht weit. Das war der einzige Ort wo wir Kupfer gefunden haben, ne? Sei es drum, denn bauen wir erstmal die Schießpulverbank da. Also Waffenbank für Schießpulver. Wir sollten vielleicht mal das Ding umbenennen. Wir sind jetzt das Ding. Was ist. Was ist eine rauere See? Mhm. Na, brauchen wir einen mega Ausspoiter, oder was? Ah, herrlich. Okay, so. Ähm, da haben wir da ja. Okay, die ersten zwei sind nicht so schwer. Da waren zwei, ne? So, da waren zwei. Und da waren zwei. Ne, Quatsch. So. Und dann, Tim? Tim. Jawohl. Dann brauchen wir... Oh, das ist echt schlecht zu erkennen. Nehmen wir mal ein Stack mit. Und nochmal ein Stack. Und schwupps haben wir das. Und dann, zack. Machen wir... Machen wir... Hier. Oh, hallo. 130. Schussrate 024. Ist auch so ein Schussding, ne? Aber wir können auch das Ding hier bauen, ne? Hm. Ich meine, hier, ein B6 Schuss. Okay. Musst... Na, abgezogen. Oh, ist doch doof. Naja. ich bin bei uns mal wie ist das noch ein bisschen zu dunkel hier drinnen wo noch stopp okay wobei eigentlich können wir die hängen abmachen dann sparen wir uns holz und stoff okay haben wir haben wir hier nichts ne dürfen wir eigentlich haben dürfen mich doch aber die kommen auch herstellen nö komm ich nicht moment oder brauchen zwei gummi noch mal drei guter und das gummi gekostet aber dann brauchen wir das zeug naja dabei noch sehr schön haben wir noch praten wir das ding ja auch immer schnell nach denn bauen wir doch mal so ein dinger fertig ja ja auch mal 10 ok ja kommt das sollte reichen 50 erst 6 ok kompon und das ist ja eben munition passt so Ah, scheiße, 2 Uhr. Okay. Schlafen lohnt sich nicht mehr. So. Piu, 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 piu. Moment. Ne, das haben wir hier. So. Tja, sollen sie mal kommen, die Wichser. Die müssen ja da hoch. Na, also sollten die Teile auf jeden Fall helfen. Okay, gucken wir jetzt mal ein bisschen rum. Wir fahren mal zur Polizeiwache. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da auf jeden Fall ein Bogen was gefunden haben. In der alten Welt. Wo sind wir überhaupt? Ach da. Oh, okay. Kann man uns nicht ein bisschen anders färben? Blau, zum Beispiel. Aber wir müssen nach rechts. Da so. Nach zum Mond. Machen wir. Das ist mal ein Stück. Okay, passt. Wo ist der Mond? Na da. Und go. Jawohl. Zeit hast du noch mal Null. Okay. Adieu. What we doing? So, komm, jetzt wird mal schnell hier Tag. Sonst wird dunkel im Wasser. Hm. 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 Was ist das denn? Oh. Okay. Sehr gut. Sehr viel schneller postet es auch nicht. Okay. Ja. Ich sehe eine Menge. Und ihr? Den warten wir noch. Sollt ihr um 6 herum schlagartig hell werden. Niko. Niko. Das wird echt noch lustig. Hm. Die sind schneller, oder? Mittlere Versteigerung. Mittlere? Gibt es denn noch mal welche? Okay, jetzt haben wir schon halb sieben. Hä? War das echt die Polizeistation? Na tatsache. Da ist das Polizeirotor. Boah, ich sehe gerade. Ich sehe da gar nichts. Oh, ich glaube da unten sehe ich schon mal was. Könnte auch was anderes sein. Moment. Haben wir hier noch einen Hai? Der kann bitte verschwinden. Den möchte ich nicht haben. Dann kommt der Team. Na, runter. Achso, oh, toll. Das ist aber immer noch ein bisschen dunkel. Hä, da. Okay, bei denen kriegen wir Spiegel. Müssen wir halt auch mal wieder mitnehmen. Die guten Zeiten sind vorbei, dass wir es nicht mehr brauchen. Na ja, du Kackei. Habt ihr gesehen? Der wollte uns fressen. Klingen soll uns richtig hart vernaschen. Au. Natürlich. 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 Was steht da? Legen sie eine Blutung? Aha. 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 Ach ja, manchmal ist er ehrlich mit der deutschen Übersetzung. Okay. So, jetzt werden wir ganz schnell. Aha. Noch schneller geht's nicht. Okay. Ich hoffe, die reißen sich an den Teilen Arsch auf. Dein Scheiß ernst, das hilft auch. Toll. Okay. Ich hoffe, die reißen sich an den Teilen Arsch auf. Wo ist denn der Rest? Ich hoffe, die reißen sich an den Teilen Arsch auf. Die sind wir nicht reißen, oder? Ich hoffe, die reißen sich an den Teilen Arsch auf. Ich hoffe, die reißen sich an den Teilen Arsch auf. Aber warum? Aber warum? Oh nein. Was ist das da da? Aber warum? Untertitelung des ZDF, 2020 Was hat das denn jetzt? Was hat das denn? Was hat das denn? Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber auch ziehen die denn? Also handelsüblich ist in den meisten Spielen ja, dass die zum Bett hin rennen. Kann ja hier auf jeden Fall nicht mehr sein. So, da gibt es die Variante zum Spielen, was auch oft ist. Kann auch nicht sein. So. 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 Und dann zurück. Dann entledigen wir uns der ganzen Base dort. So. 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 scheinbar funktioniert wie haben wir hier sehen der typ kam nichts voran das leiten wir machen ja ja komm die konnte man ja noch am ende schrägern war noch ganz nützlich okay die machen wir auch mal kaputt nicht dass ich die auch noch triggern damit wir dann genug bin oh dann ist die insel frei jetzt sind sie frei ich nehme noch holz mit okay so schön aus bevor wir verhungern jetzt weg wei nee 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 ja doch wir waren aus so das war es heute leider konnten wir jetzt zum schluss nicht sehen wie gut das hier hilft außerhalb von den einen typen da halt immer wird mit den restlichen anders verlaufen die menschen sie werden es auf jeden fall wahrscheinlich noch eher schneller als später mit kriegen wie es mit der groben masse laufen wird also würde ich denn schon mal sagen hier hingehauen bis morgen tschüss dann ich danke sag ich Herr du 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 Untertitelung des ZDF, 2020